Bitterstoffen? Warum? Bitterstoffe stellen natürliche chemische Verbindungen dar, die in zahlreichen Pflanzen vorkommen. Sie sind beispielsweise in Nahrungsmitteln wie Artischocken, Auperginen, Chicorée, Rucola, Grünkohl, Rosenkohl, Mongold, Spinat und Oliven enthalten. Ebenso sind verschiedene Gewürze wie Kurkuma, Schwarzkommel, Thymian und Zimtreich an Bitterstoffen. Diese Verbindungen tragen ihren Namen aufgrund ihres ausgeprägt bitteren Geschmacks, der allerdings auch mit beträchtlichen gesundheitlichen Vorteilen verbunden ist. Die Wirkung von Bitterstoffen auf den Körper ist vielfältig. Sie tragen positiv zur Verdauung bei, indem sie die Produktion von Magensäure und Gallenflüssigkeit anregen, wodurch auch schwerverdauliche Mahlzeiten besser vertragen werden können. In Fällen von Darmerkrankungen wie Morbus Crohn können Bitterstoffe sogar zu einer Linderung der Symptome beitragen. Zusätzlich dämpfen sie den Heißhunger auf Süßes, was zu einer förderlichen Einflussnahme auf eine gesündere Ernährung führt. Können Bitterstoffen beim Gewichtsverlust helfen? Die Appetithemmung, insbesondere in Bezug auf süße Leckereien, ist eine bemerkenswerte Eigenschaft von Bitterstoffen. Dies trägt dazu bei, dass die Gesamtkalorienaufnahme reduziert wird, insbesondere die Zufuhr von Zucker. Diese Eigenschaft kann beim Abnehmen nützlich sein. Ob schon Bitterstoffe in Gemüse enthalten sind, wurden sie bedauerlicherweise oft aus Lebensmitteln entfernt, da die Vorliebe der Verbraucher eher dem süßen Geschmack gilt. Wenn die Zufuhr von Bitterstoffen über die Nahrung nicht ausreichend ist, kann auf natürliche Bittertropfen zurückgegriffen werden. Diese Tropfen können nach den Mahlzeiten auf die Zunge gegeben werden oder zwischendurch verwendet werden, um den Appetit auf Süßes oder Snacks zu verringern.